Servus, was geht? Ich bin's mit euer FRAD Gaming mit einem neuen Streamingplan am Start. Star Wars, Jedi Fallen Order, Hashtag 03, kommt heute Abend um 18 Uhr bis 21 Uhr, 3 Stunden Session, Abfahrt. Dienstag nix, Mittwoch nix, Donnerstag nix, Freitag erst wieder, Deponia, Hashtag 05, FK Projekt geht weiter, 19 Uhr bis 22 Uhr, am Samstag, muss ich euch jetzt mal sagen, am Samstag gibt's ein neues Projekt, Model Combat X gegen Mandy, wenn ihr wüsst, wer Mandy ist, ist meine Freundin, Hashtag 01, 20 Uhr bis 23 Uhr, aber, wenn es nicht kommt, ist Fortnite dran, mit Hashtag 179 um 18 bis 21 Uhr. Also, das ist so in Klammer geschrieben, also eins von beiden kommt, ob wir jetzt um 18 Uhr anfangen, mit Fortnite oder halt Model Combat um 20 Uhr. Sonntag, Fortnite Hashtag 179, das ist auf jeden Fall geplant, wenn 179 am Samstag schon ist, ist das natürlich Hashtag 180, von 19 bis 23 Uhr. Also, ich wünsche euch auf jeden Fall einen guten Start in die Woche und wir sehen uns dann heute Abend um 18 Uhr bei Star Wars Jedi Fallen Order. Bis dann, Herr oder Winner, euer Elfer Red Gaming. Ciao.